mit der chef kurzzeit habt ihr was dagegen oder nie das heißt kurz mal schnitzel essen gehen da brauchst du das minimum eine stunde oder nicht ja da müsste halt die spielliste zu ende führen also du bist jetzt weg die runde macht damit okay dann machen wir halt nach der runde feierabend wir sind nur zertritt morgens aber immerhin muss der ins zugehen bis jetzt haben wir alle spaß ja marcus willst du dann quasi danach alternativ das agentur ding zu ende behauen wenn wir schon mal die zeit dafür haben heute von mir aus der ist nur eine frage wenn du keinen bock darauf hast das dann auch also ihr morgens an die böse nee alles kurz wenn nach der bau war da rein hier war reden mit dir das doch mal morgens ausreden du auch noch so dann ist das heute nun mal ein kleines kurzes ding hoch das war es auch daran weil die reifenstapel nicht korrekt stehen da sind mal nicht das immer so so kanten drin so alter wie aber das nicht gemeint ist lustig ich weiß wie ihr das seht aber ich finde es lustig ja hat was klar sagen wir wieder was anderes also karting jetzt wichtig gesetzt haben die dort und die karte gereinigt wird und hier waren so zusammen baggie ich sehe euch ich sehe euch das ist halt zwar weit weg aber ich sehe euch die sich die euch lalalala ich mache es gab okay ich mache es doch da war ein reifen ich habe gott viel spaß ich bin zwar jetzt aber es dem sven geht eine art aber noch mal ich muss so gucken ich das größer als kevin sein respekt sieht man daran dass du so kalte finger hast wenn du willst was bei mir als kalt ist alter dieser dieser ruckel da drin alter dafür wird eine scheinbar scheinbar gelten morgens an sich ich muss noch sagen diesen überlebens kann das ding war geil ich bin oder dritten runde wie auch heißt 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 die leute ich bin erst mal für heute raus noch im rennen und ich muss sorgen ihr habt dann nächste woche die zeit theoretisch ja wenn unbedingt was gemacht werden soll wäre ich da aber das sind halt schon mal zwei jahren nach hause und reden mit ihr steht mit morgens du blöd will ja du hast gesagt ihr du hast erst mal noch hier weiß sonst zu tun überhaupt noch blicken zu lassen weil aktuell ist das stadt ist so dass du dich eingetragen hast aber ich hab doch gesagt dass ich erst mal raus bin die nächste zeit allerdings war am spät schicht aber das ist jetzt war ein spät schicht da ging es eh nicht das problem ist nur dass du seitdem du bei uns beigetreten bist nie einmal mitgemacht hast dann habe ich den also doch ein einziges moment halt also aber aber geht vor tut mir leid wenn ich um vier aufstehen muss also zwei aufstehen muss ich habe ich nicht so ein ding sonst weiß mich halt wieder raus dann ist das halt so ja ich gehe nach ausschmeißen ja doch kommt ja gerade so geworden morgens die runden sind denn das 3 ich brauche schon so vierten machen die wandel ja weil die strecke nicht lang genug es muss sehr praktisch aus einer offiziellen runde zwei runden machen haben die checks das hat ja einiges wo mich etwas dagegen senden und ich hab dir die situation nur erklärt dass ich dass wir momentan nur eine playstation haben und ich halte die aktuell nur sonntags habe dann sei es sich durch du opfer ja dann schmeißt mich hat wieder raus ich gehe aus der gruppe alles gut alles gut nein alles gut ja als der schwachste wenn ich nicht da bin wenn man sich darüber beschwert ist und ich da bin dann ist das halt so ich habe halt nicht die zeit habe ich gerade dass du die dorf ist ich habe ja mistig mein schnecke ich komme extra mit diesen sexy outfit und du kommst ja es ist halt einfach so in der letzte woche ging es einfach nicht wegen der wegen der spätschicht ich würde ich bis elf zwölf arbeite dann kann ich nicht abends auch online kommen dann ist heute eine gute runde ich bin erst auf heute raus schade aber dann ist es halt nur ein kurses ding gewesen ich war in den letzten platz wir machen wir brechen jetzt ja auch ab jetzt weiter zu machen wir machen das agentur ding zu ändern haben wir das thema auch erledigt und nächste woche muss mal gucken wie gesagt markus heraus und riko heraus wir werden theoretisch auch nur zu dritt auch schade konsumen und der chef hat wenn sie mal immer weiter mit so eine runde schaffe ich nicht nur nebenbei hier ist mir schon reden er weil wir rausgegangen sind ich heute doch die runde mitgemacht hat der runde feierabend ja leider ist es ist halt so wir hätten auch gerne weiter gemacht klar na gut leute ja und jedenfalls vielleicht bis die woche ich weiß es noch nicht ich denke ich mache es dir hoch